Also der Fehler hier mit meiner Zeile 37, das ist die Präzedenz von dem Stern gegenüber der Präzedenz von einem Call in C. Lieber eine Klammer zu viel als eine Klammer zu wenig in C. Das ist hier der Call zunächst, da kommt ein Objekt zurück und dann mache ich hier eine Indirektion. Das will ich aber nicht, ich will natürlich das hier, dass das der Call ist. Und jetzt stimmt es, übernehmen. Und jetzt ist der weg, zweite Seile 92, wahrscheinlich was ähnliches, vermute ich mal. Ja gut, das ist eh noch der alte Code, den habe ich noch gar nicht umgestellt. Da schauen wir, naja, doch, da können wir jetzt gleich weitermachen. Also hier geht es gerade so fort, hier haben wir zwei, drei lokale Variablen. Also hier Define Arc List als Cont-File-Arcs-3 und Define-T, Cont-File-Arcs-4 und Define-Arc-Count, Cont-File, wobei Bild-In-Syntax braucht der, macht er überhaupt Eval auf? Ne, da brauche ich gar nichts machen. Das kann ich mir sparen, sorry. Kann ich mir hier sparen, weil der ruft gar kein Scheme-Eval mehr auf. Das heißt, hier prüft er nur, macht den Error, das passt schon und hier macht er nur ein C-Return von dem Value, Return Value from Bild-In-Syntax ist gleich genau das. Und hier kommt ein C-Return von diesem Return Value. Das war der, Make, 150, da haben wir auch noch einen drin. Return Last Value, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist noch User-Defined-Function, die müssen wir umstellen, das machen wir vielleicht nachher. Jetzt machen wir erstmal die Bild-In-Function, schauen wir, dass wir ins Cons reinkommen. Also, ich weiß gar nicht, wo ich meinen Breakpoint hatte. Cons 1, 2. Okay, hier ist der erste. Wo wollen wir denn hinsteppen? Na ja, steppen wir mal da durch. Also, hier geht es weiter. New Continuation. Da wollte ich gar nicht hinsteppen. Da wollte ich nicht durchsteppen. Hier geht es weiter. Jetzt das Gemeine, was wir jetzt verlieren, ist die Möglichkeit im GDB zu sehen, wo wir eigentlich stecken. Weil unsere Rekursion jetzt in der Continuation-Liste steckt und nicht mehr auf dem C-Stack. Und deswegen sehen wir hier nichts mehr. Wir können aber einen Trick machen. Nur zum Debuggen, nicht wirklich. Indem wir das CP-Return wieder einen Call machen lassen, dann sehen wir den C-Stack, wo wir herkommen. Und der wächst jetzt zwar ewig dann immer weiter, aber jetzt zum Single-Steppen machen wir das mal. Das zeige ich euch. Da gehen wir in das Header-File rein, nehmen unseren Tail-Call. Überall, wo jetzt Return steht, an der Stelle, da sagen wir Return Trampolin. Das möchte ich eigentlich gerne auch definierbar machen. Dann würde ich hier oben Folgendes machen. Da sage ich, define Tramp von Continuation als Return Continuation. und zwar if def Debug Rekursion dann definieren wir es anders. Define Trump von Cont als Return Trampolin von Cont. Else define Trump als das hier. End if und das definieren wir jetzt mal. Und dann überall, wo wir jetzt dieses Return haben, den wollen wir vielleicht, wollen wir den lassen? Zumindest die Calls wollen wir mal überlegen. Also Tramp von Cont und hier unten den Tail-Call, den auch und hier den Jump lassen wir mal so und den machen wir debugbar. Ja. Und hier unten genauso CP Return lassen wir, Jump lassen wir, Tail-Call machen wir. Trump von Cont und hier unten auch Trump von Cont und hier nochmal Trump von New Cont. Und wenn ich es jetzt mal übersetze und nochmal hier jetzt oh 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 halt viele Fehler. Trampolin naja gut, das war wahrscheinlich Tramp Polin nochmal bauen viele Warnings mal schauen, ob das stimmt, was ich da jetzt gemacht habe. So, steppen wir jetzt nochmal weiter. Und jetzt machen wir nämlich einen rekursiven Aufruf. Jetzt sehen wir hier, was tatsächlich abgeht. Call, Tail-Call, Call. Erscheint mir ein bisschen viel zu sein, aber wundert mich jetzt. Hallo? Bad Access, halt, da habe ich doch noch einen Fehler drin. Bad Access stoppt. Das wundert mich jetzt. Was habe ich denn da gemacht? Trump. sieht eigentlich gut aus. Ich mache es nochmal raus kurz. Soweit scheint es noch zu funktionieren. machen wir es mal ohne. Ich muss mir das nachher auch nochmal überlegen, warum das jetzt nicht funktioniert hat. jetzt sind wir hier im Evalist. Okay. Function, rein. Car, Evalist. Jetzt ruft er sich rekursiv den auf. Trampolin. Und jetzt geht es hier weiter. GetBinding, return. Evalist 2. Jetzt haben wir die Funktion evaluiert. Genau, sind wir richtig. Jetzt geht der Tail-Call. Der Tail-Call geht natürlich wieder ins Trampolin rein. Dumm, 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 dumm. Zack, hier rein. Arc-List ist Cutter. Kommt der CP-Jump. Nächste Rekursion. Jetzt will er aufrufen. Na, der K, dann brauche ich eigentlich nicht reinsteppen. Blödsinn. Hier geht es weiter. Jetzt ruft, jetzt will er 1 evaluieren. Zack. Kommt er hier rein, evaluiert 1. Das ist das Expo, natürlich. Das ist unser... Expo ist natürlich jetzt auch nicht sichtbar im Frame, weil Expo nämlich jetzt ein Define ist. Cont-Pfeil-Arcs. Da können wir mal gucken. Indirekt Cont. Da sieht man... Da ist die 1 drin. Als Small-Integer getaggt, natürlich. Okay, gehen wir weiter. Step, Step. Jetzt evaluiert er die 2. Ups, nein. Bad Access. Was war das jetzt? Next Cont. Da stimmt was ganz gewaltig nicht. Konnte da überhaupt nicht die 3 sein. Was ist das jetzt für ein Fehler? Das war die 1, die da zurückkommt. Ach, ja natürlich. Blödsinn. Mein Eval ist noch falsch. Und zwar an der Stelle habe ich noch kein richtiges Return gemacht. Vielleicht hätten wir das doch gleich machen sollen. Ich habe bloß den Fall da oben richtig gemacht. Aber da unten, da steht noch ein normales Return. Saublöd. Wieso hat er das eigentlich nicht gemosert? Oder hat er das gemosert? Ja, so kommt es, wenn man Warnings ignoriert. Der hat es eigentlich gesagt. Okay. 150. Haben wir noch einen? Ja, da waren wir wirklich noch nicht dabei. Deswegen sollte ich da an der Stelle eigentlich einen Abort machen oder irgendwas, damit wir da, falls wir nachher vorbeikommen, hier nicht wieder so blöd reinlaufen, wie gerade eben. Okay, nochmal von vorne. Vielleicht lassen wir gleich mal laufen und schauen, vielleicht tut es schon. Es tut schon. Es hat funktioniert. Also jetzt kommt die User-Defined-Function. Also Cons funktioniert jetzt schon. Und genauso müsste natürlich Cons von 1 mit Cons von 2 und 0 funktionieren. Continue. 1, 2. Also die ersten Geschichten, die Build-Ins tun schon wieder. Jetzt kommen wir mal zu den User-Defined-Functions. Die müssen wir auch evaluieren können. Und da geht es im Spiel ganz genauso. Wir haben diese Funktion jetzt noch umzuschreiben. Das ist diese Eval User-Defined-Function. Nach dem gleichen Raster. Wobei der hat hier viel mehr lokale Variablen. List-of-Value-Lastway, formale Rx-Remaining-Body-Express. Remaining-Body-Express braucht ihr aber erst da unten. Wir werden sehen, was wir brauchen. Also zunächst einmal List-of-Values. List-of-Values speichern wir hier in 3 ab. Dann haben wir den da eliminiert. Dann kommt Last-Value. In 4. Dann haben wir, Moment, ich muss gerade mal überlegen, was wir hier in der ersten Loop brauchen. Ich definiere jetzt einfach mal alle durch. Dann werden wir es sehen. Dann haben wir die Formal-Arcs. Das tun wir in der 5. Position speichern. Dann haben wir die Body-Expressions. Die heben wir mal auf. Das New Environment müssen wir uns merken. Machen wir mal da in die 6. Stelle rein. Und die Remaining-Unevaluated-Arcs speichern wir an der Position 8. Gut, und jetzt haben wir hier die Vorbereitung. Dann geht es los. Dann legt ihr ein neues Environment an. Dann kommt das hier. Und jetzt sagt R, if kein Argument mehr kommt, wenn ich am Ende bin. Jetzt muss ich den Code von unten hochziehen. Das ist das, was danach kommt. Das hier. Die Frage ist, kann ich das hier überhaupt reinziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Mal schauen. Weil da kommt nochmal eine Loop. Und da muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Tail-Call-Geschichten machen. Aber die überlege ich mir nachher. Jetzt kommt der normale Fall. Also das Keen-Ding ist ungleichnil. Und jetzt muss ich eigentlich hier rüberspringen in... Naja, eigentlich hätte ich hier die Continuation schon gebraucht. Da brauche ich schon die erste Continuation. Also das heißt, hier an der Stelle muss ich schon am Anfang von der Y-Loop hier aufbrechen. Weil da will ich nachher weitermachen. Also das wird meine Continuation Function 2. Das wird der Anfang von der Y-Loop. Und ich ziehe das jetzt doch wieder raus. So. Gut. Also hier wird es aufgebrochen. Jetzt kommt hier ein C-Jump nach Scheme-Evalu-User-Defined-Function 2. Dann komme ich hier an am Anfang von der Y-Loop. Jetzt sage ich hier if ungleich Scheme-Nil meine ganzen Print-Affs hier. Hier kommt der rekursive Aufruf in Scheme-Eval. Das heißt, hier sage ich jetzt C-Call Scheme-Evaluat-Arc-Environment und weiter geht es, wenn ich da rauskomme in Scheme-User-Defined-Function 3. Ja, danke. Und Scheme-Evaluat-User-Defined-Function 3, da muss der Code hin. Das hole ich mir mal mit. Halt. Der Remaining-Code, der muss da hin. Ziehe ich mal raus. Und nenne das, wo waren wir? Hier. User-Defined-Function 3 kommt jetzt der Code rein. 3. Und da sagt er hier bla 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 add-binding bla 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 und jetzt geht es hier wieder weiter in C-Jump am Anfang der Y-Loop. Das ist das Scheme-User-Defined-Function 2. Im Grunde genommen machen wir die ganze strukturierte Programmierung wieder kaputt. Mit While, das wird wieder Go-To. Go-To und Labels. Im Grunde genommen ist das, was wir hier machen. Mit dem Jump springen wir wieder da hoch. Ja, soweit müsste es gut sein. Und jetzt kommt hier der andere Code. Das war der hier. Da sind wir fertig. Schön ist es, wenn man hier vielleicht einen Kommentar immer hinmacht. Not reached oder so, damit man das später immer noch weiß. Dann habe ich hier noch einen Debug für das Dump-Environment. Jetzt geht es los. Remaining. Jetzt prüft er hier, ob er überhaupt genügend Argumente hat. Was macht er denn hier? Jetzt habe ich da meine... Ach, da bin ich jetzt fertig. Jetzt habe ich mich ein bisschen verwandt. Ich muss noch mal nachgucken, wie es vorher war. Ich glaube, ich habe meine Funktion jetzt ziemlich durcheinander gebracht. Evalu, User-Defined Function. Sekunde. Ach, da habe ich meine Einrückung kaputt gemacht. Das ist Quatsch. Das war Copy-Paste. Das brauche ich nicht. So, jetzt geht es nämlich los. Hier bin ich fertig. Jetzt kommen die Body-Expressions. Wenn keine da ist, bin ich fertig. Nein, dann gibt es ein Error erstens mal. Und jetzt kommt hier ein Do-While. Das ist eigentlich wieder das Gleiche. Das heißt, jetzt bräuchte ich hier wieder einen Anfang für eine Loop. Das heißt, ich sage hier wieder C-Jump nach... Nun, die drei habe ich schon verbraten. Nennen wir es mal 2B. Da fällt jetzt nichts Besseres ein. 2B. Und da muss ich hier hinspringen. C-P-Jump zu der. 2B. Und die Funktion ist hier zu Ende. Und jetzt kommt der Code in das 2B rein. Beziehungsweise ich schiebe das 2B hier einfach hoch. So rein. Dann lande ich hier. Jetzt bin ich... Das ist der Anfang von meiner Do-Loop. Jetzt sage ich OBJ. ThisExpress ist das hier. Und das fliegt raus. Jetzt kommt eine Evaluierung. Das heißt, ich sage jetzt C-Call wieder Scheme Eval. Und zwar mit zwei Argumenten. Scheme Eval, ThisBodyExpression, NewExpression. Da komme ich nicht mehr raus. Das heißt, ich muss noch sagen, wo es weitergeht. Es geht weiter in 2C. 2C wird jetzt das hier. Da habe ich ein OBJ LastValue. Nee, LastValue habe ich ja definiert. Das ist jetzt ContFileRedVal. Da kommt nämlich der Value an. Dann kommt das Remaining. Und dann sage ich If... Jetzt muss ich hochspringen an den Anfang von der Loop. Also if das Ungleichscheme Nill, dann mache ich wieder einen C-Jump. Wo war der Anfang? Das war, glaube ich, der Zweier. Das ist das hier. Ach so, eigentlich kann ich da immer hinspringen, weil der macht das ja schon richtig. Der prüft das auch. Das heißt, ich springe da gleich hin. Das If brauche ich nicht. Dann mache ich gleich C-Jump dorthin. und dann haben wir noch den ReturnLastValue übrig. Der kommt, wenn er fertig ist. Das heißt hier, ne, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Das ist der falsche. Ich muss hier heinspringen. Ich muss hier, naja, das war falsch. Moment, Ctrl-Z, rückwärts, rückwärts. Das war alles falsch. Body Express. Also, wenn noch eine weitere Body Expression kommt, dann muss ich hochspringen nach 2b. Nicht 2, sorry. Ansonsten bin ich jetzt fertig. Jetzt habe ich die letzte Body Expression ausgeführt. Und jetzt kann ich hier nämlich dann sagen C-Return den LastValue. Jetzt müsste es klappen. Jetzt heißt es immer noch 2b. Ja, das war mein Undo. 2c. Okay. Und dann müsste ich die ganzen Undevs da oben noch reinbauen. Die Defines, das war alles das Zeug. Undev. User Defined Function 2c. Hier geht es weiter. Undev. List of Values. Den da, den da, den da. Und den da. Gut. Ich bin hier aber gespannt. War ja klar. Okay, erstmal die ganzen Vorwortdefinitionen brauche ich natürlich wieder. Das heißt, es geht hier los. Ich brauche eine Vorwortdefinition für das Zweier. Für das 2b. und C und für das Dreier. Was wir hätten machen sollen, das ganze Ding in Lisp programmieren und uns einen Lisp nach C-Compiler bauen und der uns den ganzen Mist dahinter generiert. Dann hätten wir eigentlich den Lisp-Interpreter aus der allerersten Vorlesung hier einfach durchjagen können und er hätte uns den hässlichen Code hier generiert. Das wäre vielleicht geschickt gewesen. Aber, naja, vielleicht auch nicht. 147 Remaining Body Express. Was habe ich da vergessen? Remaining Body Express habe ich doch. Ach so, das habe ich nicht definiert. Genau. Also das definieren wir hier auch. Remaining Body Express. Das ist das hier. Wobei tatsächlich könnte man hier Slots wiederverwenden. weil, wenn ich hier durch bin, brauche ich eigentlich die Remaining Unevaluated Arcs nicht mehr. Das heißt, ich könnte eigentlich den Slot wiederverwenden und sagen ab hier Das wird jetzt aber hässlich. Ab hier könnte ich schon sagen Undef den da und Define Remaining Body Expressions als Slot 7 und hier unten und dann verwende ich den Slot für die Geschichten. Da geht er hier durch. Call geht dann weiter setzt das Ding und hier sagen wir an Define Remaining Body Express soweit So gut, ich glaube das war richtig. Ja, übernehmen. 169 habe ich noch irgendwas mit Klammern falsch. Das ist wahrscheinlich hier eine zu viel. 191 disformal arg Moment Ich glaube das ist eine lokale die kann ich hier lokal definieren. Nein oder doch Ja, genau das kann ich machen. Make Formal Arcs undefined Warum das? Ande Formal Arcs Oh, da hätten wir noch eine gebraucht. Halt mal das habe ich zu früh Das muss hier rein. Evaluated Arc ist glaube ich auch noch eine lokale Geschichte Evaluated Arc ist der Redwall genau das ist das hier Das ist das Gibt es das vorher? Brauche ich das hier überhaupt? Ne, hier oben brauche ich es nicht mehr Bis Formal Arc brauche ich hier oben auch nicht mehr Da kann ich einige vielleicht rausschmeißen Okay Make schon besser 185 Remaining Unevaluated Arcs Undefined Sag mal wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach die Dreier gehört dann auf Dumm Die Dreier gehört nach oben Die Dreier ist tatsächlich die obere Loop über die Argumente und das 2b also eigentlich sollte ich vielleicht gescheite Namen nehmen weil hier oben bin ich bei den die Zweier ist der Start der Loop über die Argumente der Dreier ist wenn er ein Argument gekriegt hat das heißt da springt er dann hier springt er zum nächsten Argument wenn er ein Argument evaluiert hat kommt er hier her dann springt er wieder hoch nach 2 das ist soweit in Ordnung und wenn er das letzte evaluiert hat und er mit der Bodyliste anfängt dann geht er hier über 2b das nenne ich jetzt mal 4 damit das einfach eine Reihenfolge gekriegt das ist die 4er dann evaluiert er eine Body Expression dann macht er weiter beim 5er wenn er den 5er hat da hat er eine Body Expression evaluiert dann guckt er gibt es noch weitere wenn ja geht er wieder hoch zum 4er macht dort weiter in der Loop wenn nein liefert er der letzte Value zurück so und jetzt muss ich meine Vorwortdefinition erst dann darf ich den Andev machen eigentlich hier drin naja weiß nicht ob das da innen drin sein muss spielt eigentlich keine Rolle lassen wir es hier drin Gesundheit so das war hier und dann muss ich noch die Vorwortdefinitionen richtig machen die sind ganz hier oben 2 3 4 und 5 und jetzt bin ich aber gespannt fast 1 6 7 remaining unevaluated arcs das habe ich glaube irgendwo schon undefiniert da das darf ich erst machen oh Mist ah das ist blöd ok dann definiere ich dann mache ich nämlich doch den 8er Slot jetzt erstmal her das ist jetzt zu kompliziert remaining body express dann müssen wir noch einen Slot dazu machen damit wir neue Plätze haben remaining body remaining das Andev fliegt raus und hier unten Andev so im Moment das mache ich gleich mit dem Header dass da noch ein Slot da ist bevor ich es vergesse das ist in meiner Struct Scheme Continuation 9 haben wir jetzt schon na machen wir mal 10 vielleicht brauchen wir noch mal 1 und dann jetzt wieder zurück nested functions are disabled da habe ich wahrscheinlich eine geschweifte Klammer vergessen Eval in der Zeile 119 das gehört sowieso ganz weg Scheme weil User Defined Function 2b undefined da habe ich noch einen übrig wie hieß denn der jetzt 2b war 4 C unterstrich call habe ich noch einen drin in User Defined Function 2 das muss natürlich heißen C call 2 okay und jetzt sagt er was noch C unterstrich call habe ich noch einen drin Reference from noch einen was 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 C unterstrich call 2 achso es war es schon richtig ich habe da falsch geguckt das war ja war ja in Ordnung okay jetzt starten wir es noch mal bauen sind wir schon mal optimistisch machen wir es ohne Breakpoint also define Foo Foo von X als plus X1 ups nochmal und dann Foo von 10 wow das hat funktioniert gut und was jetzt gehen muss große Geschichte wir müssen jetzt tail call Eliminierung haben wir ja drin eigentlich das heißt last call durch unser tail das heißt wir müssen jetzt eigentlich sagen können define loop als print hello loop tut es schon nein nein es tut noch nicht und zwar ich habe nämlich einen Fehler noch gemacht und zwar wenn ich wenn ich hier also wenn ich jetzt sage define loop und habe hier eine Function call 1 und dann noch mal ein Function call 2 drin schauen wir noch mal den Code an den ich hier gemacht habe hier oben gehe ich durch alle hier oben geht es los mit dem evalu user defined function das ist ganz in Ordnung soweit da macht er ein neues environment und sagt dann okay ich gehe jetzt in die loop rein die fängt hier mit 2 an vielleicht hätte man das auch user defined function loop nennen können oder sowas da sagt er okay er holt sich eins raus und evaluiert das argument das heißt da macht er das der call jetzt wenn ich jetzt wir haben hier aber kein argument insofern springt er dann gleich hier drüber das heißt er geht hier unten hin remaining body express setzt er auf das erste body und ruft dann springt hier an den zweiten loop start das ist der 4er ruft eval rekursiv auf für das Ding kommt dann wenn er fertig ist kommt er bei eval user defined function 5 wieder raus das ist hier unten da sitzt der body express ist cutter von body express das heißt er holt sich die nächste und geht dann wieder wenn es noch weitere gibt geht er dann wieder hoch zu 4 und jetzt ruft er wieder scheme mal auf aber er macht hier wieder einen call und erst wenn er ganz fertig ist macht er einen return das heißt der letzte müsste eigentlich ein tail call sein damit auch unsere tail call eliminierung hier funktioniert das haben wir nicht gemacht das heißt wir müssen hier eins vorher schon gucken und beim vorletzten oder beim letzten die letzte body expression die vorkommt die dürfen wir nicht mit call aufrufen sondern dann müssen wir gleich einen tail call machen dann funktioniert es also das heißt wir sagen hier wo sind wir also wenn es noch eine gibt dann wollen wir hier nach scheme evalu user defined function 4 aufrufen aber wir müssen gucken wenn es dahinter wenn das die letzte ist also if remaining body express nein if coulder von remaining body express gleich scheme nil also das heißt machen wir einen Kommentar hin this is the very last body export dann machen wir hier einen tail call von scheme eval mit zwei argumenten von dem Ding und jetzt sieht man auch gleich wir können uns den jump hier eigentlich auch sparen wir können nämlich den code hier gleich da reinholen das heißt wir können machen wir das mal copy da sparen wir uns einen round trip durch das durch den trampolin weil wir können hier sagen wir rufen hier gleich den scheme eval auf mit der body expression im new environment und wir gehen da hin wieder wir kommen wieder bei uns raus fünf das haben wir schon drin da sparen wir uns den round trip an der stelle so das heißt einmal trampolin gespart und das zweite ist hier oben wir kommen hier per jump an den vierer am vierer raus und was machen wir hier wir sagen nur wir holen hier die body expression raus und sagen dann soll es weitergehen beim fünfer das können wir auch nach oben ziehen da sparen wir uns hier auch noch mal einen round trip das heißt wir sagen hier call und weitergehen soll es bei das wäre auch der fünfer weitergehen soll es beim fünfer hier hinten das stimmt das heißt haben wir hier einmal round trip nochmal gespart und das mache ich als lokale variable da oben rein so weit so gut jetzt brauchen wir das vierer gar nicht mehr das ist nämlich eigentlich unser loop head das können wir jetzt eliminieren und hier haben wir auch noch mal diese body expression da brauche ich eine variable außerhalb vielleicht hierher und machen das so und tatsächlich brauchen wir die variable gar nicht das können wir auch gleich hier reinschreiben wenn wir wollen naja vielleicht lassen wir es so zum Verständnis so nochmal make na von wegen 176 was habe ich da falsch gemacht if ach da fällt ein Semikolon vielleicht weiter oben auch nochmal ne da habe ich es richtig make und jetzt starten wir es nochmal das muss eigentlich immer noch so tun und jetzt müsste ich tatsächlich meine loop definieren können define loop als print hello gefolgt von loop und jetzt kommt der große moment loop nichts war es was haben wir gemacht und dann kann es given to car wo sind wir ja jetzt sind wir natürlich im Trampolin drin verhaftet remaining body express cont pile art 8 jetzt muss ich hier in continuation jetzt muss ich da reingucken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ja was ist das jetzt wahrscheinlich ein nil irgendwas haben wir jetzt nochmal falsch gemacht jetzt muss ich vielleicht doch mal ein breakpoint reinsetzen und zwar da wo wir den body evaluieren das wäre hier geht es los mit body evaluierung ups Selbst, wir kommen da gar nicht vorbei. Da habe ich vielleicht was zu sehr optimiert. Halt mal, das ist an der Stelle falsch. Wo bin ich denn hier? Das darf ich hier noch gar nicht machen. Halt so, sorry, das habe ich jetzt Copy-Paste. Da definiere ich die Variable, aber hier unten. Ist das richtig? Ja. So, hier müssen wir aber übrigens auch gleich gucken. Da müssen wir auch gleich bei der ersten gucken. Jetzt habe ich den Code ja hochgezogen, was vielleicht ein bisschen blöd war, weil jetzt muss ich nämlich diese Tail-Call-Geschichten auch hier machen. Wenn es nämlich nur eine Body-Expression gibt, muss ich hier gleich den Tail-Call machen. Gleich von Anfang an. Das heißt, hier gucke ich gleich, ob es noch weitere gibt. Also, wenn wir da gleich ein Tail-Call hin, dann haben wir nur eine, dann machen wir da gleich einen Tail-Call hin. der Tail-Call hat keine Continuation. Ja. Sollen wir noch mal die rekursive Version zunächst angucken? Ja, mache ich noch mal eine Wiederholung. Also noch mal ganz, da muss ich noch mal ganz zurückgehen. Wir haben ja das Environment, unser Current Environment in Env. Da steht irgendwas drin, A, B, C. Und jetzt habe ich eine User-Defined Function definiert, zum Beispiel X als, naja, X mit einem Argument. Das nennen wir wieder A, freundlicherweise. Und vielleicht machen wir da noch einen D rein. Und der soll zurückliefern, Plus A und D. So, das ist die Definition. Sie erinnern sich, das Lambda, das entspricht ja dem Lambda, also das ist ja äquivalent zu Define X als Lambda von A und Dora plus A Dora. Und das Lambda macht ja noch nichts, das tut nur das Current Environment plus die Argumentliste plus die Bodyliste in einer User-Defined Function ablegen. Also wir haben hier das Environment, was da gültig war. Das spielt jetzt keine Rolle, weil der keine freien Variablen hier zugreift, sondern nur solche, die hier vorkommen. Also haben wir hier eine Arglist. Arglist, Args, da steht das A und das D drin. Und dann haben wir die Bodyliste. Bodylist, da steht diese Expression drin, plus A D. So, das ist gebunden an X, die User-Defined Function. Und jetzt rufe ich das X auf, X mit 10 und 20, oder machen wir was Komplizierteres, ich rufe X auf mit plus A 5 und der zweite, zweites Argument 20. Jetzt muss ich zunächst mal, als allererstes, das macht mein Evalist, es evaluiert das erste Ding da vorne, das X, was ein Symbol ist und gucke, was da dran steht. In dem Fall kriege ich dann raus, das ist eine User-Defined Function, könnte ja auch eine Build-In-Function oder was anderes sein. Und dann komme ich in das Eval-User-Defined Function, Eval-User-Defined Function sagt, ich muss ein neues Environment anlegen, New Environment, New Env, und in diesem neuen Environment muss ich alle formalen Argumente von hier, also A und D, binden, an die evaluierten Argumente hier. Das heißt, ich rufe mich hier rekursiv für jedes Argument auf, also ich rechne zuerst plus A5 aus und dann rechne ich 20 aus, was einfacher ist und binde das dann an neue Variablen hier in dem New Environment, die so genannt werden. Also ich fange an, rekursiver Aufruf, Eval, das Ding und das Resultat wird an A gebunden. Was immer das A hier oben war, angenommen, das A wäre hier 99 gewesen, dann habe ich nachher hier 104 drin. Dann kommt das zweite Argument, 20 wird evaluiert, das evaluiert ihr zu sich selber und das wird an D gebunden. Also kriege ich hier D, das auf 20 zeigt. Außerdem kriegt das neue Environment ein Parent Environment, das zeigt auf, das Environment, das hier drin war und das Environment, das hier drin war, war die Umgebung, in der dieses X definiert wurde. Normalerweise ist das auch ein Top Level, also wenn es ein Top Level war, dann steht hier das Top Level Environment wiederum drin als Environment. Wenn nicht, dann steht da das Environment drin, in dem das X definiert wurde. Das könnte ja auch innerhalb eines Lambdas wiederum definiert worden sein. Also als quasi Inner Function. Aber jetzt steht hier irgendein Environment, ich nehme mal an, das Top Environment steht da drin. Und das wird, also das Parent Environment von dem neuen Environment wird dieses Environment sein, was auch wieder das Top Environment ist. und jetzt evaluiere ich die Bodyliste, die da unten, in diesem Environment. Das heißt, wenn ich jetzt rekursiv den Eval-Aufruf und gebe ihm das Environment mit, dann findet diese rekursive Eval-Aufruf für A 104 und für D 20 genau das, was es soll, dass der nachher 124 ausrechnet. So und das machen wir, schauen wir uns mal den Code an. Zunächst die, die relativ, die Straightforward-Version von vor zwei Wochen. Eval also nochmal ganz von vorne. Hier ist Eval-List. Der ruft zunächst einmal, nee, das ist schon, das ist nicht die Person, sorry, da wollte ich erstmal in die C-Version rekursiv gehen, die alte. Scheme-Eval-C. Hier. Der sagt erstmal, ich evaluiere den ersten Slot, wie gesagt, also das X und gucke dann, was er rauskriegt. In dem Fall kriegt er eine User-Defined-Function raus, dann macht er ja den Switch, dann gehen wir zurück zur User-Defined-Function, dann legt er das neue Environment an, hier mit zehn Slots erstmal, das ist die Anzahl vorbelegter Slot oder reservierter Slots und setzt das Parent-Environment aus der Function, also aus der User-Defined-Function. Das war damit, unsere Closures funktionieren. Und jetzt geht es los, jetzt sagt er, jetzt muss ich alle Argumente evaluieren in dem neuen Environment. Das heißt, er ruft rekursiv, er holt sich hier das Unevaluated-Arc, also in dem Fall das hier, raus, das ist K von der Liste, ruft Scheme-Eval rekursiv auf in dem alten Environment noch, weil das hier darf ja das neue A noch nicht sehen, sondern das hier muss ja das A sehen vom Aufrufer. Deswegen muss dieser Eval hier noch im alten Environment passieren. Dann habe ich ein evaluiertes Argument, dann baue ich ein neues Binding in meinem neuen Environment, damit das A jetzt gebunden ist und das mache ich in der Loop, solange ich noch weitere Argumente habe. Dann habe ich alle Argumente durch evaluiert und habe sie gebunden. Und jetzt am Schluss geht es los mit den Body-Expressions, also das könnten ja mehrere sein, hier in dem Fall ist nur eine, aber da könnte ja auch Print-Hello, Print-World, Print-A plus 5 stehen. Das heißt, er holt sich jetzt hier aus der User-Defined-Function die Body-Liste raus und fängt an mit dem ersten, er sagt hier, also erst einmal macht er hier eine Prüfung, damit mindestens eine da ist, weil er sagt sich, gar kein Body macht keinen Sinn, aber ansonsten geht er hier über alle drüber, holt sich die erste Body-Expression oder die nächste Body-Expression raus, ruft Scheme-Eval rekursiv auf, jetzt im neuen Environment, natürlich, klar, und merkt sich den letzten, weil das wird noch der Return-Wert von meinem ganzen Call, wenn er alle durchgeht, merkt sich den Last-Value, geht hier mit dem Cutter weiter, solange es noch weitere gibt und dann liefert er den letzten zurück. Also hier ist das eine relativ triviale, einfache Geschichte, in unserem Spezialfall von diesem Continuation-Passing-Ding ist es eigentlich nur das Problem, dass wir an jeder Stelle, wo wir hier einen rekursiven Aufruf in Scheme-Eval haben, die Funktion aufbrechen müssen, damit wir dann ein Label haben für die Continuation und dann in unser Trampolin springen. Weil wir eben die Stack-Frames Verwaltung selber machen wollen, das ist genau die Geschichte mit den Continuations hier. Also gehen wir nochmal in die Continuation-Variante. Das ist vielleicht ganz gut, wenn Sie sich das dann auch die erste Mal anschauen und nachher dann rübergehen, vielleicht den Film nochmal anschauen, wie ich das jetzt entwickelt habe, immer neu an den Stellen, wo ich einen rekursiven Aufruf in Scheme-Eval habe, die Funktion aufbrechen, eine neue Funktion hinten reinmachen und diesem Makro immer die Continuation-Adresse mitgeben, wo es dann weitergeht. Das ist ein bisschen umständlich, aber wenn sich das Hirn dann mal entknotet hat, dann wird es klar. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an. Also Scheme-Eval fing ja auch so an, dass er, der hat ja schon das erste Mal, der Scheme-Eval selber hat ja schon das Problem, dass er hier das erste Mal Scheme-Eval-List aufrufen will. Da habe ich ja das Tail-Call drin, aber das heißt, der springt hier Scheme-Eval-List gleich mal rein. Der muss jetzt hier als erstes einen rekursiven Aufruf nach Scheme-Eval machen für die Funktion selber. Also den ersten Slot, das X. Das macht er hier. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei Continuation-Parsing, das heißt, wir verwenden hier unser Makro und geben an, wo es weitergeht. Es geht weiter in Scheme-Eval-List 2, wenn er fertig ist. Dann landet er hier unten, hat quasi den Function-Slot evaluiert. Jetzt kann er gucken, was es ist. Das könnte eine Building-Funktion, eine Syntax oder schon irgendwas sein. In dem Fall ist es jetzt eine User-Defined-Funktion. Und dann geht es weiter bei Eval-User-Defined-Funktion. Jetzt kommen wir bei Eval-User-Defined-Funktion hier oben raus. Und das entspricht jetzt hier unserem eigentlichen Ding, was wir gerade besprochen haben. Er macht als erstes ein neues Environment. Also alle Variablen, die hier, muss ich vielleicht nochmal zeigen, alle Variablen, die hier natürlich in dieser einen Funktion lokale Variablen sind, die kann ich jetzt nicht mehr lokale Variablen machen, weil ich ja über Funktionsgrenzen hinweg diese Information halten muss. Und deswegen packe ich die jetzt in diese Continuation, was meinem Stack-Frame entspricht. Da sind die jetzt drin. Und deswegen habe ich hier oben diese Defines für jede Variable, die vorher lokal war, im anderen, habe ich jetzt hier in der Continuation-Slot reserviert. Also insgesamt hier jetzt neun Slots von null bis acht. Und durch das Define bleibt dann der Code im Großen und Ganzen gleich hier unten. Tatsächlich steckt da ja dahinter jetzt eigentlich, dass er einen Zugriff macht auf die Continuation, statt dass es eine lokale Variable war. Okay, also hier das neue Environment, dann der Rekursive auf, das war es schon, und dann springt er hier rüber nach User-Defined Function 2, das ist unsere Loop. Da guckt er, geht es noch weiter? Ja, es geht noch weiter, dann holt er sich das nächste Unevaluated raus und ruft sich rekursiv auf, Scheme-Wall. Also er ruft den Eval rekursiv auf für das erste, Unevaluated Arc, und sagt, wenn du es evaluiert hast, dann mach bitte da unten weiter bei Scheme-Wall User-Defined Function 3. User-Defined Function 3 sagt, okay, das war es, prima, jetzt habe ich was ausgerechnet, das kommt jetzt im Red-Wall an. Dann mache ich ein Binding in diesem neuen Environment. Das New Environment ist definiert, wir erinnern uns, nicht mehr eine lokale Variable, sondern New Environment ist jetzt hier in der Continuation drin. Dann machen wir hier das Binding, da sind wir, Add Binding, und dann geht es weiter in der Loop, das ist die da oben, User-Defined Function 2. Hier oben geht es wieder weiter. Das macht er so lange, aber noch weitere hat. Wenn er fertig ist, wenn er das letzte Argument evaluiert hat, dann landet er hier unten und sagt, jetzt fange ich an mit den Bodies, also hier in dem Fall mit plus AD. Ja, bitte. Er stellt dann der Schritt 3 immer wieder ein neues Environment. Ne, die arbeiten alle in dem einen. Ganz am Anfang hat er da oben das eine Environment neu angelegt, New Environment, und hat das sich vermerkt in der Continuation. Tatsächlich hier. Das macht er einmal. Und jetzt evaluiert er hier drin genau so, wo sind wir? Hier. Jetzt evaluiert er jedes Argument hier wieder in dem alten Environment und macht die Bindings im neuen Environment. Genauso wie vorher. Nur, dass der Call jetzt nicht mehr so sichtbar oder so einfach ist, sondern dass der Call durch die Continuation-Passerei immer wieder weiter in die nächste Funktion weitergehen muss. Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Im Grunde muss man sich vielleicht sobald man diese Call und Return-Macros geschrieben hat, muss man sie wahrscheinlich vergessen und einfach nur so von der Denke her rekursiv denken, als würde man ganz normal eine Funktion aufrufen. Nur, dass der hier nie rauskommt. Der kommt hier hinter nicht mehr zurück, sondern er geht dahin zu diesem Label, was da hinten steht. Wir müssen nochmal versuchen mit anderen Worten oder wird es langsam klar? Noch nicht? Wir haben eine Funktion f, nein, das ist keine c-Funktion und die c-Funktion sagt hier irgendwie lokale 1 und lokale 2 als, was weiß ich, OBJ, OBJ. So, und jetzt sagt er hier, lokale 2 ist gleich eine rekursive Funktion, also, oder irgendeine andere Funktion, G, von irgendwelchen Argumente. Und dann macht er hier weiter und sagt, was weiß ich, lokale 3, lokale 3 ist gleich irgendein H von L2. und dann sagt er am Schluss return L3. Das wäre unsere straightforward rekursive Implementierung. Jetzt haben wir gesagt, aber hier haben wir eben das Problem, dass diese Rekursion auf dem C-Stack läuft und über den haben wir keine Kontrolle. Also weder wissen wir, wie er aussieht, noch können wir damit, können wir den bewusst manipulieren. Deswegen haben wir gesagt, wir halten uns den Stack selber in diesen Continuation-Objekten. Zum Beispiel, um die Tail-Call-Eliminierung, Tail-Call, Last-Call-Eliminierung zu machen. Hier ist es so, dass ich in C gar nicht die Möglichkeit habe, zu sagen, das ist das H, der Last-Call. Und in unserem Fall eben diese Loop-Geschichte, also wenn ich sage, Define-Reppel, ist ein schönes Beispiel für den Loop, als irgendwas, irgendwas, irgendwas und am Schluss wieder Reppel, dann soll dieser Last-Call keinen Steck kosten. Das kann ich in C nicht ausdrücken, ich kann es auch in Java nicht ausdrücken, es gibt eigentlich, also die meisten Sprachen kann ich es nicht ausdrücken, außer jetzt in eigentlichen Lisp oder Schemisches per semantischer Definition der Sprache schon im Sprachstandard drin, dass es so sein muss. Und wenn ich das jetzt machen will, muss ich Folgendes tun, ich sage, okay, ich lege eine Continuation an und in der Continuation lege ich meine Lokale 1, Lokale 2 und Lokale 3 an. Und in der Continuation habe ich auch immer eine Adresse, wo, wenn diese Continuation quasi fortgesetzt wird, wo sie weitergeht und es gibt einen Caller, also Continuation P-Counters, wo es weitergeht und Caller zeigt zu einer Caller Continuation, also im Prinzip zu einer weiteren Continuation, die dann sagt, wenn ich fertig bin, dann soll ich in dem PC vom Caller weitermachen. So, jetzt programmiere ich aber in C, das heißt, meine P-Counter können keine Programmadressen sein, sondern es müssen Funktionsadressen sein. Und wenn ich in C programmiere, kann ich auch nicht per Jump irgendwo hinspringen, sondern ich kann nur per Call irgendwo hinspringen. Deswegen haben wir dieses Trampolin implementiert. Mit dem Trampolin mache ich nämlich Folgendes, da kriege ich immer eine Continuation und das Trampolin springt zu dem PC von der Continuation. Und wenn die Funktion was anderes callen will, dann legt sie eine neue Continuation an mit irgendwelchen eigenen lokalen Variablen möglicherweise, mit einem neuen PC, wo sie nämlich weitergehen, wo er hinspringen will und sagt als Caller diese Continuation. Und jetzt springt er nicht dorthin per Call, sondern er returnt an das Trampolin. Und zwar das Ding. Und das Trampolin springt dann für mich, also damit habe ich den C-Stack wieder aufgeräumt, der C-Stack ist wieder leer, danach, weil ich ja wieder im Trampolin returne. Aber das Trampolin springt als nächstes über dieses Ding zu der Funktionsadresse. Also würde ich hier quasi sagen, ich sage jetzt hier cont-file-p-counter ist gleich, wenn ich hier an der Stelle in das G springen will, sage ich, da tue ich die Adresse von dem G rein, new cont, also ich muss ein neues Frame anlegen, dann new cont-file-pc ist gleich die G-Adresse. Und in meinem Continuation, das heißt, wenn das G dann mal wieder zurückkommt, da muss ich sagen, wo es hier weitergeht, da hätte ich jetzt gern die Adresse von dem Ding hier. Ja, ich gebe dem, wenn ich hier den Call mache, dann übergebe ich dem Trampolin dieses Ding, das neue, da wo hier das G drin steht. fangen wir nochmal von vorne an. Ich fange nochmal an. Der Caller, der Caller von unserem F, der hat ja bereits für seinen Call eine Continuation angelegt. Die ist zunächst leer. Dann hat er gesagt, okay, da stecke ich jetzt rein in den P-Carn, da stecke ich rein das F. Und dann gebe ich das dem Trampolin. Das heißt, der Trampolin springt jetzt an F. Jetzt bin ich in F. Jetzt hat er die Continuation, das kriegt er als Argument, also der kriegt die Continuation, das Stackframe quasi, der kriegt das als als Adresse mit. Das ist seine Spielwiese, in der darf er spielen. Das ist nämlich seine Continuation, sein Stackframe, das dem F gehört. Und das F sagt jetzt, okay, prima, das brauche ich eigentlich nicht nochmal malen. Brauche ich nicht nochmal malen, das habe ich ja schon. Das F sagt jetzt, prima, ich kann hier meine lokalen Variablen ablegen. Das macht er als erstes. Das heißt, er spielt hier drin mit L1, L2, L3 und belegt die vielleicht erstmal mit Scheme Nill oder sonst irgendwas. Und jetzt sagt er, aber ich muss jetzt G aufrufen. Das heißt, für jeden Aufruf brauche ich ein neues Stackframe. Das heißt, er allokiert hier ein neues Stackframe, also eine neue Continuation. Sagt, die soll bitte schön starten in G. Das heißt, der P-Counter von der neuen Continuation ist G. Und außerdem, wenn das Ding jemals fertig ist und returnt, dann hat er als Caller meine Continuation. und dann geht er zurück. Allerdings muss ich in meiner Continuation jetzt nicht, wenn die wieder fortgesetzt wird, muss ich nicht wieder in F starten, sondern ich muss hier weitermachen, wo ich nach dem Call rauskommen soll. Das heißt, eigentlich will ich hier die Adresse, ich nenne sie mal F-2. Das heißt, er setzt in seiner eigenen Continuation, setzt er den P-Counter-Adresse auf F-2. Dann geht er zurück an das Trampolin und gibt ihm diese Continuation dem Trampolin. Das heißt, das Trampolin springt als nächstes, deswegen ein Trampolin, weil es hier ständig hin und her geht, das springt als nächstes an G. Okay, G kriegt das als Argument jetzt. Das ist die Continuation oder das Stackframe von G, wenn man so will. Ich nenne es mal, nennen wir das mal Stackframe von F und das wäre das Stackframe von G oder Continuation, wenn man so weiß gleich. So, der kann jetzt hier drin spielen, weil das ist sein Stackframe oder seine Continuation und macht da drin mit, was immer der will, der kann auch wieder weitere Leute callen, aber irgendwann einmal ist er fertig und kommt wieder hier zurück und will returnen. Er will also zu seinem Caller returnen. Was macht er also? Er gibt dem Trampolin jetzt bei seinem Return, der muss ja hier wieder aus dem Trampolin zurückkommen, muss er jetzt dieses wieder zurückliefern. Das heißt, der macht einfach am Schluss ein Return ans Trampolin von meiner Continuation File Caller. Weil er selber hat ja das Ding als Argument gekriegt. Das heißt, dieses Ding, dieses Argument von dem G ist ja dieses Stackframe. Und wenn der returnen will, dann sagt er return meine Continuation File Caller. Wenn er jemand anders aufrufen will, hier an der Stelle hat er gesagt, return new Continuation. Ne, das war das F hier an der Stelle. Als der F das G aufrufen wollte, ist er ja auch ins Trampolin returned. Er hat nicht called, er hat returned. Aber er hat ihm gesagt, du sollst bitte da weitermachen in der New Continuation. Hier sagt er Caller. Und damit kommt das Trampolin, das holt sich jetzt wieder den Caller, das hat jetzt wieder den gekriegt, holt sich da den Picard raus, das ist jetzt F2 und macht hier an der Stelle weiter. Springt da wieder hin. Eigentlich spare ich aber nichts, eigentlich dadurch, dass ich das Trampolin habe, wird es eher noch umständlicher, weil ich ja für jeden Call nochmal indirekt einen Return machen muss und nochmal wieder einen Call, also immer ein Return zu viel. Aber das liegt nur daran, weil ich in C nämlich nicht direkt irgendwo hinspringen kann, sondern nur per Call irgendwo hin kann. Und ein Call macht immer den Stack größer. Und deswegen muss ich durch einen Return wieder zurückkommen, damit der Stack wieder weg geht. Das ist mein Hauptproblem. Und das hat man auch in Java, wenn man es in Java implementieren wollte, dann hätten wir das gleiche Problem. Also in allen Programmiersprachen, die eben im Prinzip keine Tail-Call Eliminierung machen. Und weil bei denen, also wenn ich das Lisp in Lisp implementiere oder Scheme in Scheme, dann brauche ich das alles nicht, weil Scheme als Sprache mir die Tail-Call Eliminierung schon macht. Da kann ich ganz normal arbeiten, aber wenn ich als Implementierungssprache das hier habe. Das Zweite ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, und das ist jetzt vielleicht hochinteressant, mit diesen Stackframes später noch was zu machen. Das heißt, ich habe die jetzt nämlich außerhalb von dem C-Stack, ich habe jetzt richtige Datenstrukturen, also Scheme-Objekte im Grunde genommen. Ich könnte die speichern, kopieren, auf eine Platte schreiben und später wieder laden und sagen, mach da weiter. Das heißt, ich könnte zum Beispiel den ganzen State vom Programm einfrieren, indem ich einfach diese Continuation-Objekte mir irgendwo save, mitsamt ihren Pointers, und nachher wieder reinlade. Und dann könnte ich da weitermachen, wo ich vorher war, also in der Rekursionstiefe genau den Programmzustand einfrieren. Damit kann man zum Beispiel so Snapshot, Restart-Features relativ trivial implementieren, wenn man das mal so hat. Oder man kann zum Beispiel sagen, ich friere es jetzt ein und dann lasse ich das Programm auf einem anderen Rechner weiterlaufen. Weil der muss nur die Continuations wieder reinladen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die P-Counter vielleicht irgendwie in einer Art Rechnerunabhängig, also dass da keine Maschinenadressen, sondern dass die irgendwie symbolisiert werden. Also dass man zum Beispiel ein Mapping hat, von P-Counter zu symbolischen Adressen und wenn man das saft und wieder lädt, dass man das dann wieder rekonstruiert für die neue Maschine, weil die ja möglicherweise andere Speicheradressen hat oder sowas. Aber theoretisch kann man damit oder damit kann man praktisch, nicht nur theoretisch, sondern es gibt da Systeme, die das tatsächlich praktisch auch machen, Scheme und Smalltalk, kann ich den State irgendwo sichern und auf einer anderen Maschine wieder hochfahren und dort weitermachen. Auch mit Rekursionen und allem, was da gerade zu dem Zeitpunkt lief. Oder auf eine Platte safen. Ja, also das macht auch Sinn für Programme, die jetzt gar nichts mit Programmiersprachen Implementierung zu tun haben, sondern man kann das auch für ihre eigenen Programme angenommen. Sie haben ja so ein Programm, zum Beispiel, Sie wollen irgendwelche, was weiß ich, Kernfusionen ausrechnen und Sie wissen, das dauert ein halbes Jahr. Die wollen aber den Rechner vielleicht das so machen, dass der Rechner auch mal abstürzen kann und Sie maximale Stunde Rechenzeit verlieren oder sowas. Dann könnten Sie Ihren aktuellen Zustand auch mit solchen Dingern da irgendwie regelmäßig sichern und dann, wenn das Programm abschmiert, einfach beim letzten Snapschuss wieder hochfahren. Oder ein Transaktionssystem, ein Datenbanksystem oder sonst irgendwas, was irgendwie auch Processing macht, den Processing State so persistent machen. Das kann man mit solchen Systemen machen. Also das ist jetzt auch unabhängig von Scheme-Implementierungen, vielleicht auch für die eine oder andere Sache interessant in Ihrem wahren Leben. Wenn es wahr ist oder unwahr, was wir hier tun. Also so. Gut, das wäre eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen hier das F2. Jetzt können wir aber in C hier kein Label, wir können uns nicht die Adresse von dem Statement geben lassen für das Trampolin. Und deswegen müssen wir jetzt an der Stelle hier in C leider die Funktion schließen und eine neue Funktion F2 hier definieren. Einfach wegen dem Label, damit wir das Label kriegen. Das ist der einzige Grund. Ja, der Label ist das F2. Das ist das, was wir da reinschreiben müssen, damit der Trampolin nachher weiß, wo es weitergeht, wenn G fertig ist. Und das haben wir hier von Hand gemacht, indem wir jetzt diese Routine, können wir wieder rüber gehen, ich kann es vielleicht auch nochmal, ist das eigentlich zu klein? Ne, es geht. Geht es auch im Video. Dass ich hier an der Stelle, wo meine Rekursion war, da habe ich jetzt eben dieses Label 2 eingefügt, was jetzt einfach hässlich aussieht, aber ich könnte auch dafür ein Makro definieren, eigentlich wäre das noch viel geschickter. Ich könnte definieren ein Makro, das heißt Label, Scheme Evaluoser Defined Function 2 und das definiert mir einfach Static Cont und dann den Label Namen, dann sieht es aus wie ein Assembler Code mit Label und GoTo. Weil im Grunde genommen ist das hier ein Jump. Ja, ich sehe gerade, der Jump, der ist jetzt auch, ja gut, eigentlich überflüssig. Ja doch, nicht ganz. Aber ja, lassen wir es mal so. Also, soweit klar? Naja, klar ist nicht wirklich, man muss jetzt zwei, drei Mal durchkauen, weil es ist wirklich etwas klarer geworden. Wo war ich jetzt stehen geblieben? In meiner Loop und die Loop hat irgendeinen Schrott gemacht und ich glaube, es war, was war denn das da? Halt mal, was habe ich gemacht? Is Body Expression? Ja, aber de facto gibt es keine Implementierungssprache, außer Assembler, auf der man das machen könnte und in Assembler will ich es jetzt auf keinen Fall implementieren, da bräuchte man noch mal drei Mal so lang. Das ist, also, wenn man dann guckt, wie so Scheme Implementierungen oder Smalltalk Implementierungen funktionieren, die machen das meistens so, also Chicken Scheme oder auch die Smalltalk, die verwenden solch so ein Konstrukt. Es wird nachher einfacher, wenn wir mit dem Jitter Assembler-Code, Maschinen-Code erzeugen, dann können wir da das Trampolin eliminieren. Das heißt, wir brauchen da nach wie vor, wir brauchen nach wie vor solche Konstrukte, die außerhalb von dem Maschinensteck sind, beziehungsweise, es gibt noch Tricks, da kommen wir noch dahin, dass man sie zunächst einmal im Maschinensteck anlegt und nur bei Bedarf rausschiebt. Sprich, wenn einer sich eine Referenz darauf geben lässt, da kommt dann so etwas wie Write-Barriere und Read-Barriere ins Spiel, wenn einer sich eine Referenz auf den Steckframe geben lässt, dann sorge ich dafür, dass es dann sicher ist und eventuell aus dem Steck rauswandert in den Heap. So wird man das normal implementieren. Das heißt, man legt die Dinger zunächst auf dem Steck an und nur im Sonderfall schiebt man sie dann rüber. Aber wir fangen jetzt an mit dem allgemeinen Fall, das heißt, wir legen sie immer außerhalb zunächst einmal erst an. Weil das wird dann immer komplizierter natürlich dann und das muss man Schritt für Schritt dann nachvollziehen können. Das ist jetzt natürlich höchst ineffizient, wenn man jedes Mal mit Malok da so ein Ding allokiert und für jeden Call. Wir werden aber jetzt in der nächsten Stufe gleich den Malok eliminieren für die meisten, weil wir können die auch wieder verwenden. Also beim Return kann ich das aktuelle Steckframe einfach wieder auf eine Freeliste tun, wenn nicht in der Zwischenzeit sich einer eine Referenz drauf hat geben lassen. Und wenn sich einer eine Referenz drauf hat geben lassen, dann kann das eigentlich nur einen Call machen, der noch gar nicht existiert. Da gibt es den Scheme, heißt der Call mit Current Continuation, Call CC. Der holt mir die Current Continuation und gibt sie mir. Und in Smalltalk heißt es List Context, da kann man sich das aktuelle Steckframe holen. Und erst an der Stelle, da sorgt man dafür, dass das Ding sicher wird. Und wenn das nie passiert, dann kann ich die Dinger wieder recyceln. Das heißt, ich würde normalerweise diese Continuations en bloc eine ganze Menge allokieren, vielleicht auf eine verketete Liste, vielleicht möglicherweise sogar doppelt verketete Liste machen und dann wird Allocation von einem solchen Steckframe einfach nur den nächsten holen. Und Deallocation wäre wieder den Pointer zurückzusetzen. Das heißt, die Allocation von solchen Dingen wird quasi fast genauso schnell wie Steckframe Allocation. Bei einem Steckframe muss ich ja subtrahieren vom Steckpointer und addieren zum Steckpointer, um ein Frame zu kriegen. Hier müsste ich diese Liste weiterverfolgen und dann habe ich eins allokiert und zurückverfolgen und dann habe ich eins deallokiert. Das heißt, mit zwei Memory Fetchs oder einem Memory Fetch habe ich allokiert und mit einem habe ich wieder deallokiert. Indem ich einfach die Kette runtergehe, rauf und runter. Also insofern kann ich die dann quasi so schnell allokieren fast wie regulären Steck und wenn ich jetzt feststelle, dass irgendwann einmal einer referenziert wurde, also ich habe einen Call CC, dann muss ich ihn einfach aus der Kette rausnehmen und damit wird er nicht wiederverwendet. Das ist der Trick, dass es dann schnell geht. Aber jetzt allokiere ich sie noch jedes Mal und kümmere mich noch nicht drum. jetzt müssen wir erst mal gucken, dass es überhaupt wieder funktioniert, weil wir haben gerade einen Zustand, der nicht tut und wir haben bloß noch 20 Minuten. Ja, ich bin mir gerade im Moment nicht sicher, woran es liegt. Ich weiß genau, wo mein Breakpoint war. Und dieses Define darf mich jetzt eigentlich auch. Da muss ich doch die Skripte irgendwo definieren können. Naja, Name. L Okay, jetzt kann ich da irgendwie ein Skript hinschicken. L Immerhin, es ist nicht mehr abgeschmiert, plus 1, 2. Das heißt, einmal hat er es ausgeführt, das heißt, wir schauen jetzt mal, wo wir unsere Geschichte haben. Das fixen wir jetzt noch voll, die letzten 20 Minuten. jeweils die erste Body Expression, wo haben wir sie denn? Er macht bloß eine. Ich würde sagen, wir gehen mal hierher, machen da einen Breakpoint drauf und schauen mal, wie weit er kommt. So. Also, er holt sich jetzt aus der User Defined Function, das ist unsere Loop, holt er sich die Body raus, zack, und Car ist die erste, das ist unser Print Befehl. Jetzt guckt er, gibt es noch weitere? Es gibt noch weitere, also muss er einen regulären muss er einen regulären Call machen und zwar macht er nach dem Call, jetzt macht er den Print und danach, Entschuldigung, geht es weiter in Scheme Evaluer User Defined Function 5, das heißt, deswegen mache ich hierher meinen Breakpoint, Continue. Okay, da kommt er hin, er hat das X unten geprintet, da sieht man es und jetzt sind wir hier drin, Last Value ist Cont Pfeil Redwell, klar, das braucht er, muss er sich merken. Jetzt guckt er, gibt es noch weitere? Es gibt noch eine weitere, jetzt guckt er, ist das die letzte? Ja. Dann evaluiert er this body expression, das haben wir aber leider hier noch nicht rausgeholt, ganz einfach, okay, das war alles, this body expression muss ich natürlich erst mal rausholen. Das war's, hoffe ich. Nochmal. wieder unser Define. Okay, jetzt nochmal durchsteppen, es müsste eigentlich richtig funktionieren. Jetzt kommt er hier raus, Continue, sind wir da drin, Step, 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 jetzt sagt er, das ist die letzte? Ja, jetzt macht er den Tail Call. Und jetzt können wir nochmal da reinsteppen, um das nochmal zu zeigen, was der Tail Call nämlich genau macht, im Unterschied zum normalen Call. Hier, hier sieht man, der Tail Call nimmt das Current, den Current Cont und tut da die Argumente rein und den P-Counter setzen, sodass der Trampolin dieses Frame wiederverwendet für den Call. das heißt, die aufgerufene Funktion kriegt das gleiche Frame wieder. Im Gegensatz dazu tut der normale Call, das ist der da oben, nee, das ist der da unten, der normale Call legt erst eine neue Continuation an, legt die Argumente da rein in die neue Continuation, setzt in den aktuellen, in der aktuellen Continuation die Continuation, die Continue Adresse, das ist die, wo es weitergeht, die da hinten. Also das letzte Argument. Sprich, hier an der Stelle, wenn ich da dieses Call Makro aufrufe, G, dann sage ich, ich rufe G auf, setze Func auf G und setze die Continuation Adresse, die Continuation Adresse hier hinten, die Continuation Adresse auf F2 und damit setze ich in meinem aktuellen Frame den PC auf das F2 und in dem neuen setze ich den PC auf die aufgerufene Funktion. und dann gebe ich die neue ans Trampolin wieder zurück, sodass das Trampolin in die neue geht. Und wenn die aufgerufene Funktion irgendwann mal ein Return machen will, dann ruft sie ja unser CP, unser C-Return-Makro auf und der sagt, okay, ich merke mir den Return Value, beziehungsweise ich gebe dem Caller den Return Value, indem ich das in das Caller-Frame reinschreibe und dann gebe ich dem Trampolin die Caller, das Caller-Frame zurück, sodass der in dessen P-Counter weitermacht. Wenn ich es hochgeladen habe, guckt sich jeder mal ein, zwei Tage, ein, zwei Stunden mal in aller Ruhe an, macht vielleicht noch mal so ein Bildchen, guckt den Video noch mal an mit dem Bild, ich glaube, das ist hier ganz gut und dann wird es ein bisschen klar. Okay, jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir weiter, Tail Call, Continue. Ah, jetzt sind wir hier wieder gelandet und wieder, und man sieht hier auch unser Stack, unser Stack hat bloß drei Entries groß, weil wir natürlich immer zwischen Trampolin und einer von diesen Funktionen hinterher spielen, also maximal ist unser C-Stack zwei Frames groß. Trampolin plus eine aufgerufene Funktion, wenn die nämlich was rekursives macht, macht sie einen Return ins Trampolin und hat außerhalb vom C-Stack was allokiert, nämlich unsere Continuation. Frames. Okay, next. Und jetzt kommt wieder ein Call, ja, weil er wahrscheinlich wieder Print jetzt aufruft. Na? Wo bin ich jetzt? Gehen wir mal da rein, Bildin Function 3. Ah ja, da kommt es. Da unten sieht man jetzt, dass er da drin bleibt. Und jetzt gucken wir mal, wie groß unsere Continuation, also er ist jetzt hier tatsächlich hier drin, der C-Stack wächst nicht, das sieht man, der hat immer bloß drei Entries, obwohl er ewig in seiner Loop drin sitzt. Jetzt gucken wir mal, die Continuation-Kette, die darf natürlich auch nicht wachsen, das ist ja wichtig, sonst haben wir nämlich nichts gewonnen durch diese ganzen Aktionen. Das heißt, wir schauen mal unsere Continuation an, Cont, habe ich die Lokale, na, jetzt, da haben wir die Current Continuation, die hat einen Caller, jetzt gucken wir mal, was da kommt. Also das ist die Current Continuation, dass er hier irgendwo in Evaluator Defined Function drin ist, dann gucken wir mal nach Cont Pfeil Caller, da ist der Reppel und Cont Pfeil Caller, Pfeil Caller, da ist unser Finish, das heißt, unsere Continuation-Kette ist auch bloß drei lang. Also wir haben das wunderbar, jetzt hier die Tail Call-Eliminierung implementiert. Jetzt, der nächste Schritt ist der, wir haben jetzt ein Problem noch, ich habe die User Defined Function implementiert, das ist gut, in den Build-In-Functions gibt es eine, die wieder das Eval aufruft, ne, zwei sogar, das Define macht das und das Let, die zwei, das Set auch noch, Moment, das heißt, die müssen wir eigentlich auch noch alle umschreiben, also alle Build-In-Functions, die ihrerseits wieder, ah, da haben wir es doch, Scheme Eval, eins, zwei, drei Stück, ne, Moment, was ist das für eine, der If ist auch noch so ein Kandidat, klar, dann haben wir hier den, das war der If, dann haben wir hier den Define, klar, der evaluiert sein rechtes Ding und dann haben wir hier noch den Set, der evaluiert auch sein rechtes Ding, diese drei Dinger, die müssen wir, wenn wir ein Let noch implementieren, der macht auch eine Eval, müssen wir den auch noch implementieren, das heißt, unsere Build-In-Functions müssten auch Continuation Passing machen, weil ich kann nicht von hier aus, hier habe ich ja noch mein rekursives Eval, ich will nicht dadurch durch die Hintertür wieder die Rekursion reinkriegen, ich muss also dafür sorgen, dass auch meine Build-In-Functions als Continuation Functions implementiert sind, das muss ich jetzt schon noch machen. Gehen wir also hin, wir müssen als erstes alle Funktionen, die wir hier bei Scheme Functions definiert haben, als Objekt-Returning Functions, und zwar nicht alle, sondern nur die aus dem Build-In-Bereich, haben wir die überhaupt vordefiniert? Nein, haben wir nicht. Okay, dann passt es schon. Aber hier unsere Scheme Build-In-Function, wo ist sie? Da. Die hat bisher eine Object Function als Code. Das heißt, das muss jetzt auch eine Continuation Function werden, also eine, die eine Continuation erwartet und eine, die eine Continuation wieder zurückliefert. Also machen wir das als erstes, dass das eine Cont-Funk wird. Wenn ich jetzt Make sage, kriegt es natürlich Hunderte von Fehlern. Assignment from incompatibility. Das ist ja interessant. Bisher hat er jetzt nicht viele Fehler gemeldet, weil das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Jetzt gehen wir zum Eval wieder zurück und da, wo wir die Build-In-Function aufrufen, Build-In-Function, Eval-List, Eval-List 2, hier sagt er Build-In-Function, Scheme Eval-Build-In-Function, gut, da evaluiert er auch erstmal die Argumente, das haben wir ja schon richtig gemacht, aber am Schluss, ganz am Schluss sagt er hier Red-Wild-From-Build-In-Function, das ist das Ding. Das heißt, hier ruft er die Build-In-Function auf und was ich hier stattdessen machen muss, ist keinen C-rekursiven Call, sondern einen Continuation Call und zwar einen Tail-Call, weil hier will ich ja nichts mehr machen aus meinem Eval raus, das heißt, ich muss hier einen C-tail-Call machen, Tail-Call mit wie viele Argumente braucht er? Eins, Tail-Call eins und zwar will ich aufrufen, die Funktion, die hier drin steht, jetzt brauche ich das Sternle nicht mehr, Func-File-Scheme-Build-In-Function von Code und hier kommt mein List of Values als Argument. So, das war der eine und den CP-Return brauche ich nicht mehr, ich werde das jetzt da drüber machen. So, also jetzt werden alle meine Build-In-Functions als Continuation Passing Functions aufgerufen, jetzt muss ich also hingehen und die alle ändern, Gott sei Dank haben wir noch nicht so viel gemacht, sondern nur 10 Stück. Das fängt an mit Scheme-Build-In-Plus und der kriegt eine Arg-List. Also das erste, was wir wieder machen müssen ist, define Arg-List als Cont Pfeil Arcs an der Stelle 0 und das Ding liefert eine Continuation und kriegt eine Continuation. Der macht hier genau das gleiche eigentlich, wie vorher die Summe und hier statt Return muss ich jetzt einen C-Return machen. So weit, so gut, das war jetzt relativ einfach und das bleibt da so einfach, das heißt, für die hier, das kopieren wir mal, Arg-List, hier haben wir die Arg-List und hier haben wir Cont und hier haben wir auch eine Continuation Function jetzt und hier haben wir wieder einen C-Return dann kommt Minus na kann ich mir das auch kopieren Minus, ich glaube, das kann ich gleich mal überall reinpasten ist gut, wenn man sowas früh macht, bevor man anfängt mit Copy-Paste den Code immer wieder zu wieder recyceln, weil jetzt muss ich umso mehr die mehr Funktionen man schon gemacht hat, Build-In-If und der kriegt nachher zwei das wird die Syntax da sind wir noch nicht so weit sind wir noch nicht Moment das ist eine User-Defined-Syntax Ah, Load ist ja gut, genau, hier geht die Syntax los If Define und Set Lambda und Set habe ich noch nicht geändert aber muss ich gleich machen also hier ist erstmal der Plus hier ist das Times Minus stimmt schon Halt, da ist noch ein Return drin kein Return mehr aber hier war ein Return dazwischen und zwar da C-Return und hier unten C-Return dann kommt hier eine Confang Build-In-Cont da sage ich hier den Define Arc List als Arcs C-Return und hier wieder den Define C-Return bin mir gar nicht mal sicher ob wir das überhaupt gebraucht hätten weil die unsere Build-In-Functions die rufen alle keine Wahl auf ne stimmt nicht der Load wird es machen also insofern war es schon richtig wir brauchen es schon also wir kommen nicht auf lange Sicht kommen wir nicht drum rum dann Print eigentlich brauche ich das ach jetzt habe ich überall Undefine vergessen naja gut machen wir noch Return dann das da Scheme Void dann der Equal Return Return Fertig Fertig und der Display noch dann sind wir glaube ich durch Return Return Ah ne der Load der wird interessant Ah toll prima gut dass wir da vorbeikommen weil der ruft den Reppel wieder auf und Reppel haben wir glaube ich schon als Continuation Passing Function umgeschrieben insofern passt das schon es wäre schön gewesen wir hätten die wirklich alle mit C irgendwie gepräfixed dann wüssten wir nämlich welchen schon wie läuft also hier haben wir den dann haben wir Define Arc List so und dann ein C-Return Scheme Void und da Reppel können wir nicht direkt aufrufen sondern machen wir mal übernehmen erstmal unseren Reppel Sie erinnern sich müssen wir auch als wo steht der ist ein Main drin Reppel ist eine Continuation Function das heißt wir müssen wenn wir aus dem Build-In kommen und den Reppel aufrufen müssen wir hier einfach sagen ja jetzt brauchen wir bloß eine Geschichte wenn der Reppel zurückkommt ich kann hier kein Tail Call machen weil ich muss hier noch ein Close muss aufräumen also muss ich hier sagen ich mache hier einen C-Call mit zwei Argumenten und zwar rufe ich auf das Reppel mit der File oh dumm das muss ein anderes werden das haben wir schon an der anderen Stelle auch gehabt also ich muss hier mal ein File Objekt kreieren und Argument 0 das muss jetzt auch ein Scheme was war das Scheme False das haben wir nämlich geändert und wenn es weiter geht wenn er fertig ist dann muss er den Scheme Build-In Load Unterstrich 2 aufrufen das heißt hier kommen wir nicht mehr raus wir sind jetzt hier in der neuen Funktion landen hier in dem Load 2 deswegen brauche ich den Define hier nicht und kann jetzt wieder sagen wo ist mein File ja der File muss ich irgendwo mitgeben damit er das zumachen kann das heißt eigentlich save ich das mal kurz und gehe noch mal ganz kurz zurück in Main weil da habe ich den Code der das Reppel aufruft schon gefixt dass der hier ein Input File draus macht wo war's hier da nimmt er nämlich ein File und macht draus ein Scheme File also gehen wir zurück zum Build-In und hier machen wir das jetzt genau hier sagen wir OBJ Input OBJ Input und eigentlich wollen wir ja keine OBJs haben sondern das muss auch jetzt in der Continuation drin liegen das heißt wir brauchen hier ein Define Input als es muss in der Continuation in Frame drin liegen damit wir es hinten wieder sehen es nützt uns nichts wenn das hier eine lokale Variable ist also sagen wir hier der File ist Open dann macht er es auf dann rappt er das da in dieses Scheme Objekt und tut da den Input The File rein The File und nachdem das jetzt im Frame ist kann ich da unten drauf zugreifen habe ich es also hier wieder an der Hand und kann es wieder rausholen kann hier sagen File Stern The File ist gleich Input File Blablabla Input File und dann können wir es hier wieder schließen und den Revite Return Soweit so gut dann brauchen wir noch eine Forward-Deklaration kurz das heißt wir müssen hier damit er es überhaupt kompiliert müssen wir hier sagen es gibt eine Funktion cpLoad die eine Continuation erwartet und die kommt später damit er sie hier an der Stelle überhaupt kennt so ich glaube jetzt haben wir alle Build-In Functions definiert schauen wir mal ob es kompiliert Make ja von wegen ach so doch das ist schon richtig weil das Define Function hier unten ist noch so definiert wir setzen ja am Anfang diese ganzen Build-In Function Objekte auf und da steht noch dass es Objekt Functions sind die er erwartet wie hier ist es eine Continuation Function die er erwarten muss und dann ruft er New Scheme Build-In Function auf das muss ich auch umdefinieren New Scheme Build-In Function ist in Memory New Scheme Build-In Function das zieht sich halt jetzt schon ganz schön durch was wir hier machen das ist jetzt eine Cont Function die er erwartet oje Build-In Function aus Syntax der will nämlich jetzt noch eine Objekt Function da müsste ich eigentlich im Moment vielleicht mal den Code einfach duplizieren solange und das wird das hier Func Name in Arx das kann man so mal lassen und hier drin haben wir das wird das weil das New Scheme Build-In Syntax hat immer noch eine Objekt Function aber der hat jetzt eine Continuation Function an der Hand ok und dann brauche ich meinen Function meinen Header da habe ich nämlich einen Prototyp dafür New Scheme Build-In Function erwartet jetzt eine Continuation Function als Argument Make jetzt gibt es viele Warnings Scheme Memory was sagt er hier 1, 6, 8 wir sind schon knapp vor Ende 1, 6, 8 New Function Pfeil Name was 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 Code ist gleich Function halt mal das brauchen wir gar nicht mehr Function aus Syntax ich wollte hier nämlich jetzt Build-In Syntax machen und dann brauche ich eine Build-In Syntax oh je jetzt sitze ich es aber durch sei es auf Build-In Syntax dann muss ich das Header-File nochmal editieren damit wir hier eine Build-In Syntax haben wo haben wir sie da die Build-In die Build-In Function hat eine Continuation Function die Build-In Syntax hat eine Object Function ok so weit so gut Make Scheme Memory nochmal wir sind gleich fertig ich wollte es noch kurz oder soll ich es das nächste Mal voll fertig machen oder soll ich es zu Hause voll fertig machen wo waren wir 163 objfunk 2 conflicting types Scheme Functions nochmal New Scheme Build-In Syntax der will eine objfunk 2 und was kriege ich hier ach das Wort fliegt natürlich raus Quatsch hat er recht 6-7 6-7 sagen wir mal bin ich jetzt blöd das brauche ich doch gar nicht mehr das fliegt raus so Make 180 180 noch Fehler Build-In Syntax Build-In Syntax ok Memory ist jetzt gut dann kommt Build-In Reppel andeklärt warum ist Reppel andeklärt das war doch vorher auch nicht andeklärt Achso da brauche ich das ok ich muss sagen es gibt eine Function Reppel irgendwo Make 171 noch ein Fehler CP Call 3 Reppel der File ist jetzt natürlich Input Make 183 da haben wir jetzt ein Problem mit womit Achso mit dem Andev So ich würde sagen wir machen jetzt Schluss und ich bringe das zu Hause voll zum Kompilieren viel fällt nicht mehr ich mache das über die Woche über das Wochenende zu Hause weil jetzt ist für alle Zuhörer 10 nach 9 und die Jungs wollen ihr verdientes Wochenende und ich eigentlich auch also wir machen nächste Woche weiter dann Tschüss Das war jetzt heavy oder?